Ja, ich muss meinem Ärger nochmal Luft machen. Es geht wieder um Politik, das allgegenwärtige Thema, sehr beliebt, ja. Was ich eben wieder lesen muss in der Bild-Zeitung, in der Zeitung, die mittlerweile, weiß ich nicht, 1,20 Euro kostet, weiß ich nicht, alles gut. Ja, Herr Habeck sagt, wenn jemand ein Land Waffen braucht, es ist ja auch jetzt völlig egal, welches wir liefern. Herr Habeck, was ist denn mit Ihren Wärmepumpen? Wollen Sie die vielleicht irgendwo in ein anderes Land liefern? Ich persönlich glaube, Sie haben den Schuss nicht gehört. Wofür sind Sie denn da als Minister? Wenn ich da sitzen würde im Bundestag, ja, dann hätten wir Erfolg. Aber Sie sind kein Erfolgsmensch, Sie sind das Gegenteil, habe ich das Gefühl. Wozu wählen Sie bitte oder werden Sie gewählt? Ja, Sie wählen sich selber, ja, da habe ich auch bald das Gefühl, dass Sie sich da einfach postieren, damit Sie dann Waffen liefern können. Seit wie vielen Jahren sind wir kriegsfrei in Deutschland? Seit wie vielen Jahren? Seit über 70 Jahren? Nee, also wirklich, Leute, da muss man wirklich ja schon aufpassen, wer irgendwo was hinliefert. Vielleicht sollte der Zoll mal kontrollieren, wo welche Waffen hinkommen. Ja, das wäre mal vielleicht ambach und sinnvoll, wenn wir schon so beim Sinnvollen sind. Ähm, ich muss mir wirklich überlegen, ob ich wählen gehe. Ich muss es wirklich tun. Denn wenn ich da hinten zur Wahlurne gehe, in die Wahlurne, gebe ich ja meinen Zettel ab. Aber ich gebe ihn bestimmt nicht ab, damit Sie irgendwo, irgendwo Waffen hinliefern können, Herr Habeck. Ja, das soll bei Ihnen klingeln im Ohr. Hier, da sind keine Waffen. Wir haben Frieden auf der Welt. Und wenn Sie keinen Frieden wollen, dann sind Sie an der falschen Adresse. Schönen Tag noch!